DJ Ugly Cut, a.k.a. taktlos aus Berlin und sein Kollege Wörbel Kind bringen ein ausgereiftes Downthouse West Coast Tape an den Mann. Mit dabei sind auf 60 Minuten verteilt Twister, Eastsiders, Father Dom, Micah Nine, Be Legget, Too Short, High C und viele mehr. Sehr gutes Tape mit einer Menge Stuff, der bei uns schwer zu finden ist. Untertitelung des ZDF, 2020